Nein, nein, geh einfach weiter, geh einfach weiter Ja, ich will Gott jetzt nicht und die ganzen Manien diesen Moops Aber wenn ich dann noch einmal hier hinkomme, hab ich schon Packer Shit 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 shit, da kommen die bestimmten Mach die Tür auf, du Blllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ich sehe das unten rechts Meine Lebensborderung oder was? Vielleicht schau mal hindurch Warte, klick mal gleich Ah, jetzt hast du die Tür aufgeschlagen Ja, ok Ist es wichtig? Ich lag schon mal auf BAM! In ja, ass Hast du gesehen wie ich weiß die Knarre-Projekt gespickt habe? Das ist ein Riesen-Tür BAM! Gut ein Kind Gut ein Kind Gut ein Kind Was machen? Ah, klar Das ist schlecht Das passt Das passt Warte Die Boten haben, glaube ich, mehr Leben Wenn ich mich nicht durchführe Das sind danach stechen Ah, gut, mehr Munition Munition, Munition und mehr Munition Mehr Munition und mehr Munition bedeutet länger aus Nein, juhu Lauf Loll, haha, tot What the hell Du, mach'n kapazin Haha, den hab' ich vorhin umgebracht von dort, hm? Wester Pro Wester Pro, nein Doll Deshalb heißen wir ja Pro Power Ja, genau Pro Power Warten, nimm mal die Leben, Tusker Ah, nein, du hast die Leben schaffen Nein Die Leben, da Ah, da Nein, ich brauche die Rüstung, ich brauche Rüstung Nein, du hast doch mir jetzt im Arsch Boah, ich muss aufhören, so zu flogen, dass plötzlich gibt's doch Da waren wir ganz am Anfang vom Spiel Oh, ich kann nicht durchschießen, scheiße Da kann ich auch, ooooh Boah Dort ist jemand Schieß Oh Geh mal weiter Geh, geh Geh, geh Schieß, schieß Schieß, schieß Woah Wow Gott, tot Ah, ah Oh, scheiße, ich hab' keine Rüstung mehr Ja, wird immer noch leben Ja, und wenn ich sehe Und wenn mit der Explosion auch schon nach der Bericht im Arsch Und auch die Munition Die nehme ich mit Das finde ich Leider kannst du bei die schnellen Waffen die Muni nicht ansauen Na, sehr groß Aber ich finde ich schlechter aus dem Angegen Und du kannst halt schneller schießen Aber Warte mal, der das so schnell geschießen Warte mal, der das so schnell geschießen Warte mal, der Warte 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 Ja, es geht Ja, es geht Nimm einfach die Äh, wie kann ich, hab' ich Nein, so, ah Dann gehen wir weiter Und boom Und boom Du 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 Nein Du 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 Nein Du Nein Nein WTF! Das steht einfach so blöder! Das sind doch mehr über die Kampfer! Shit! Boah, die stehen einfach so blöder! Pedobear-Style! Ich kann mich nicht holen, Pedobear! Sieh! Knarre rumpacken! Warum habe ich mich getrunken? Was? Schaut kurz aus! Nein, nein! Nein, du brauchst eh... Doch, nur kurz aus! Oh! Obwohl, jetzt wird klar! Ok, doch, jetzt weiter! Jetzt kannst du verarschen! Boah, das sind wieder viele! Boah, nein! Leck, leck, leck! Shit! Oh! Oh! Das ist scheiße, wenn das passiert! Das ist kack-scheiße! Wack, wack! Boah, das kack-button soll immer noch nicht hoch! Sorry, ich muss aufhören zu flogen! Jetzt können wir bald schon die Putschpern! Ja, das geht auch! Wack, schau die Taschenwaffe! Ah, wack! Wack! Du bist so gut! Ich muss mal ein paar Mal mehr rein! Ich muss mal ein paar Mal mehr rein! Boah, sorry Leute! Wacken wir kurz eine Pause und dann warten wir bis es wieder gut ist! Nein, nein, das geht wie das geht! Ja, und dann... Ja, okay, ich hab gedacht, wenn wir eine kurz Pause machen und dann halt gespielt, dann läuft es vielleicht größter! Jaaa, muss nicht sein! Jaaa, muss nicht sein! Wack, du kannst! Jaaaa, okay! Boah, ich hab doch...! Jetzt kommen bestimmt so von den Weg zu Ende! Das wär jetzt auch keiner! Jetzt kommen wir so, ich bin das Lender, du-de-de-de! Und das Lenderfonds wieder was machen! Look! Guck mal! Beste Trick ever! Bam! Ich gebe mir sagen... Berber... Ok... m A er hat dann eben die Welt den Weg ist so dumm schlafen schlafen und die gleiche Hälfte aber ich muss auch noch zwei der Schauffer und sagt die Schlegerhöhle mit einem älteren blaues blut die Handgranate wäre jetzt nicht schlecht das wäre wirklich toll das ist jetzt geil öh du hast oh nein doch du hast eine klick mal die rechte Masthausse rechte Masse jetzt hast du noch 3-knoten mit vorne hatte ich nicht mehr warum habt ihr das aber das sind ja nicht mehr ah das ist jetzt die Rückenstraße lol ok jetzt explodiert sich ja noch alles wir sind bei mir wir werden es machen, nicht wir? ich will nicht sterben hier nicht zufrieden ok wir werden es sehen hm was ist das Ding, Lieutenant? Elifando, wir sind auf dem hier sind wir ich wusste es weißt ich wusste es die Autum ist accelerant die Gerütey ist geht manuern noch neu nicht zufrieden wird das Ding kann sich wieder reduzieren die Rückenstraße denn es geht wieder alles wir werden alles vertreten wir werden früher los Okay, we're just... Oh. Flawless Cowboy. We're coming in too fast. So crazy. Take my place. I'm losing her. Alright, hurry up. Boom. Boom. Chief? Chief, can you hear me? At last. Are you alright? Can you move? Es sind alle tot. Ach, wirklich alle. Natürlich ich. Nein. Die anderen sind die nicht unterbewusstlos. Unterbewusstlos. Ich glaube, sie sind sehr bewusstlos. Die sind sicher zu uns. Okay, das war's mit diesem Part. Oh oh oh, guck dir das an. Das nächste Mal geht's wieder weiter. So denn nicht. Ja. Okay, das war's mal. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I've detected multiple Covenant drops.